Der Führer hat jeglichen Sinn für die Realitäten verloren. Er verschiebt Divisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. Die Gruppe Steiner, ein versprengter Haufen, der sich mit Mühe verteidigen kann. Jetzt will er, dass Steiner angreift. Das ist purer Wahnsinn! Warum sagen Sie es ihm dann nicht? Er ist keinen Argumenten zuhänglich. Das wissen Sie so gut wie ich. Und was muss getan werden? Sie verrückt! Er will uns einfach rauschmeißen wie Rundstedt, wie Guderian. Ja, und? Wir sind Soldaten! Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet! Soll der Eid uns darin hindern, selbstständig zu denken? Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden! Dann suchen Sie ihn eben! Ich will Fägelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fägelein! 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 Fägelein!